Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Also Candice, ich gehe einkaufen. Du hast das Sagen. Warte, 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 warte. Ich habe das Sagen. Meinst du damit, dass ich über alles bestimmen darf, während du weg bist? Ja. Auch über Phineas und Ferb? Sie müssen also machen, was ich will? Plötzlich habe ich leichte Bedenken. Aber so gesehen, ja. Dann wäre ich so gesehen, so etwas wie ein Vormunter... Candice, ich muss jetzt los. Ausgezeichnet. Hey, Jungs! Hört her, hört her. Mom hat mir das Kommando überlassen. Also bestimme ich hiermit, dass ihr zwei heute nichts Verrücktes anstellt. Es werden also keine Bummens, Dingens gebaut oder Raddingsels. Oder anders gesagt, seid für einen Nachmittag nicht die allernervigsten Brüder, die es gibt, okay? Deine Brüder nerven dich also auch so sehr? Hi, ich bin Mandy. Ich und meine allernervigsten Brüder besuchen übers Wochenende meine Tante nebenan. Du bist die Nichte von Mrs. Weaver? Und deine Brüder nerven auch? Gar kein Ausdruck. Meine Brüder Thaddeus und Thor basteln andauernd die nervigsten Apparate, die du dir vorstellen kannst. Seifenkisten mit Rasenmähermotor, Reifenschaukeln, mit denen sie übers Dach springen und Katzeneinkaufszentren. Endlich? Jemand, der mich verstehen kann. Du glaubst ja nicht, wie Finnius und Ferb mir auf die Nerven gehen. Kaugummi! Was geht ab, ihr Trottel? Thaddeus, Thor, wir haben mitgekriegt, dass ihr beide gern Sachen baut. Wo wir herkommen, nennt man uns nur die Besten. Neidisch? Nein, ganz und gar nicht. Das solltet ihr aber. Wir werden nämlich heute die genialste Festung der Welt bauen. Und was sagt ihr jetzt, ihr Trottel? Cool, viel Glück. Kaugummi. Ich bitte dich. Hey, wo ist denn Perry? Agent P? Agent P? Agent P, wo ist er denn, Carl? Keine Ahnung, Sir. Vielleicht hat er gekündigt. Was? Wieso sollte er das tun? Naja, bei der letzten Mission waren sie doch ziemlich streng zu ihm, Sir. Hm, da haben sie recht. Manchmal übertreibe ich's einfach. Armer Agent P, glauben Sie, dass mir der Kleine jemals vergeben will? Oh, Agent P, da sind sie ja. Wir haben Dr. Doofenschmerz im Denville Park geortet. Sie müssen sicherstellen, dass sich niemand in Gefahr befindet. Da geht er hin. Ich hoffe, ich war dieses Mal nicht wieder zu hart zu ihm, Carl. Ich weiß es nicht, Sir. Er sah ziemlich aufgebracht aus. Ich hasse mich. Keine Ahnung, Candice. Ich glaube, wenn es um Unausstehlichkeit geht, schlagen meine Brüder deine um Längen. Das sehe ich leider anders. Sie sind beide unausstehlich, aber meine Brüder haben noch diesen Schuss Genialität an sich. Und das macht sie noch viel unausstehlicher. Ähm, du hast mir wohl nicht zugehört. Meine Brüder bauen heute die wohl unausstehlich nervigste und genialste Festung, die jemals gebaut wurde. Lässt nicht so wie die von meinen Brüdern. Ach ja? Ja, die Wette Geldschwester. Tja, Thor. Ich weiß, wen wir heute übertreffen werden. Hier seid ihr. Ihr geht jetzt raus und baut eine Festung. Ich dachte, du wolltest, dass wir die Füße stillhalten und dich nicht nerven. Die Kinder von nebenan bauen eine Festung und es nervt mich, wenn eure nicht besser wird als ihre. Candice, wir machen sowas zum Spaß und nicht als Wettbewerb. Und für die Ladies. Ihr werdet das machen, weil ich das so will. Oh, hallo, Peri, das Schnabelt hier. Willkommen beim Doofenschmerz-Familientreffen. Du kommst gerade rechtzeitig zu diesem formaledeiten Ballspiel, das meine Mutter jedes Jahr organisiert. Und das gewinnt immer mein Bruder mit seinem Team. Weißt du, meine Beinkoordination ist schlecht, aber ich hab flinke Hände. Sieh mal her. Ich halte den Weltrekord im Becherstapeln, aber meiner Mutter ist das egal. Hör zu, Peri, das Schnabelt hier. Weißt du, meine Mutter stand schon immer unerklärlicherweise auf Ballsport. Vielleicht kann ich das am besten in einem Lied ausdrücken. Meine Mutter stand schon immer unerklärlicherweise auf Ballsport. Und mein Bruder war drin Spitze, so begabt. Mir fehlte das Geschick, das brach mir das Genick. Mich in ihr Herz zu spielen, blieb mir versagt. Er versuchte sich in Rugby und Fußball und Football. Er traf ein gar nichts, ganz egal, was es auch war. Es endete stets im Debakel. Koordination war mein Makel. Er schoss sich leider nie direkt in ihr Herz. Oh ja. Gute Nacht, Dunkeldorch! Nicht schlecht, Peri, das Schnabelt hier. Love, Händel. In meiner Rückblende. Ich kenn sie alle. Dieses Jahr wird alles anders. Warte hier, ich zeig dir was. Ich präsentiere den Tritonator 5000. Würdest du mir beim Üben helfen? Bitte, bitte. Du nimmst einfach den Ball, gehst da rüber und rollst ihn mir zu. Na los, ich bin so weit. Du hast ihn zu früh gerollt. Ich war noch nicht so weit. Versuch es nochmal und diesmal richtig. Nun, ein Fuß vor den anderen. Was machst du gerade? Eine Festung bauen. Und was macht ihr? Zwei Trotteln zeigen, wie man eine Festung baut. Das hat er jetzt nicht gesagt. Bin jetzt, wie kann ich helfen? Sechskant-Holz-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl. Was für Amateure. Wieso? Was für Schrauben benutzen denn deine Brüder? Das ist geheim. Isabella, wirf eine Plane über das Ding, aber zackig. In welcher Farbe? Hey, wo ist Harry? Ja, hier drüben. Der Mann ist Handwerker, die arbeitet nicht so viel. Okay, langsamer. Nicht so schnell, ich kann den Ball kaum folgen. Hupf bei Helz. Weißt du was? Leg den Ball einfach direkt vor den Trittonator. Ja. Was machst du? Nicht 100 Meter weg. Hierher. Noch näher. Okay. Nein, nein. Das ist ein bisschen besser. Jetzt weg mit dir. Du wirst jetzt Zeuge eines ordentlichen Trittes. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber sowas von. So Männer, jetzt geht's ums Ganze. Die Zeit ist gekommen zu zeigen, was ihr drauf habt. Wir werden auf keinen Fall gegen ein paar Nieten und ihre Trantüten-Schwester verlieren. Das hab ich gehört. Ich weiß, ich hab's auch laut gesagt. Mom, ich muss die loswerden. Oh, Mom, da bist du ja wieder. Aber du musst doch mal zurück in den Laden fahren. Warum? Weil du bestimmt das, 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 äh, Zeug vergessen hast. Oh, das hab ich tatsächlich. Also gut, wirf die in die Küche. Ich bin gleich wieder da. Puh, das war knapp. Oh, ich bin der Nächste. Alles klar, das wird ein Kinderspiel. Kommt näher. Hey, du bist nicht mal mehr eine Doofenschmerz. Ich hab den Namen behalten. Komm schon, Dad, das schaffst du. Nein, er schafft's nicht. Willkommen, Bürger von Danville. Ich präsentiere Ihnen das architektonische Kunstwerk von Thaddeus und Thor. Wie schön. Was ihr Unwissenden hier seht, ist ein Bauwerk im Split-Level-Stil. Vollendet mit einer Rutsche und Süßigkeiten-Spender. Leute, Leute, ich will das ja nicht herunterspielen. Das war ganz nett. Aber ich denke, wir sind nun bereit für die größte architektonische Meisterleistung dieser Stadt. Ich präsentiere Phineas und Fer. Das soll eine architektonische Meisterleistung sein. Was? Seid ihr verrückt geworden? Ihr beide habt mich vor der ganzen Stadt bloßgestellt. Aber Candice, das... Phineas, den ganzen Sommer über baut ihr die tollsten Dinge. Und nur dieses eine Mal bitte ich euch als Schwester. Nur dieses eine Mal zähle ich auf euch. Und ihr baut das hier? Aber Candice... Nein, lass mich in Ruhe. Entschuldigt mich. Candice, warte! Yes! Wow! Juhu! Ladies and Gentlemen, der obere Teil unserer Festung ist eine Hommage an die Baukunst der alten Schule. Und nun zeigen wir Ihnen den Rest davon. Fört. Tadah! Unsere moderne Interpretation eines bekannten Klassikers. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Haha! Wer ist jetzt der Verlierer? R-Li-R-E-R. Wer ist der Verlierer? Du, lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Lass uns... Du bist draußen. Oh, Roger, mein Sohn. Du machst mich so stolz immer wieder. Oh, oh, oh. Aber... Hier haben wir das Foyer. Das ist importierter Marmor nebenbei. Die Bowlingbahn, ein Schwimmbad, Teleskop, eine Terrakotta-Armee, ein Windkanal mit Düsen-Triebwerk und ein Aufnahmestudio für ein 40-Mann-Orchester. Was wir leider nicht haben, ist ein Süßigkeiten-Spender. Sensationell. Ja, wirklich cool. Toll gemacht, ihr beiden. Ihr habt sie traumatisiert. Kommt, Jungs, ich bring euch nach Hause. Hey, ich hab das Zeug. Danke, Mom. Wenigstens bist du erfolgreich gewesen. Candice, so sehr ich hasse, das sagen zu müssen, aber deine Brüder sind die Besten. Ein zehnstöckiges Seitengebäude mit Schwimmbad. Warum seid ihr da nicht draufgekommen? Das gibt's doch nicht! Candice, hast du das gesehen? Ich guck's mir gerade an. Warte, wo bist du? In der Küche. Als ich sagte, wirf das in die Küche, habe ich das nicht wörtlich gemeint. Ja, 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 Mom, komm mal! Candice, ich werde nirgendwo hingehen, bevor du das hier aufgeräumt hast. Das hat Spaß gemacht. Aber Bauvorschriften sind Bauvorschriften. Ich fühle eine Erschütterung im Becherstapel-Universum. Mein Rekord wurde gebrochen. Das war doch nicht so schwer, oder? Mom, los, los, jetzt komm schon! Ich wollte es dir schon die ganze Zeit sagen. Die bauen unglaubliche Sachen. Sieh mal! Candice, du hast recht, das ist unglaublich! Hi, Mom! Wir haben eine Festung gebaut. Sie ist wunderschön! Das ist großartig! Die Jungs haben Spaß daran gefunden, Sachen zu bauen. Wer will was von dem Zeug? Wir! Die Jungs haben Spaß gemacht! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik Musik Musik